Es war eine Empfehlung von einem Freund von mir, anders, weil einfach ein großer Empfang war. Es sah nicht wie ein Zahnarzt aus, es roch nicht wie ein Zahnarzt. Ich habe den Bohrer nicht gehört, den man sonst immer hört, wenn man in eine Praxis reingeht. Es war halt sehr warm, sehr herzlich und ich habe mich gleich wohlgefühlt. Erstmal fand ich es gut, dass man sich persönlich Zeit genommen hat, erstmal eine Vorbesprechung das ganze Thema zu besprechen und dann sich auf den Stuhl zu setzen und mal reinzuschauen in das, was da vorher besprochen wurde. Und das war eine positive Atmosphäre, weil es auch im Gespräch nicht nur um das Zahnmedizinische ging, sondern einfach um ein paar persönliche Sachen ausgetauscht wurde.